Hey, meine Kinder, nein, ähm, ja, heute wieder ein Skyblock Let's Play mit mir und den Mirko, sag mal hallo. Hallo. Das klang ja richtig gay. Nein. Ja, und wir hätten hier immer noch an der Plattform und an, was weiß ich, aber wir machen halt diese Villager, wenn du die einbringst, nur mit Erde, oder? Ja, weil sonst ist das ja okay, das war kacke. Aber wir müssen überlegen, das können wir ja natürlich auch, wenn ihr, also wir wollen ja, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, wahrscheinlich die Dorfbewohner nehmen, damit wir an mehr Erde kommen, sozusagen. Und da gibt's die Möglichkeit, da ist jetzt die Frage, was kostet so ein halber Stack Erde, würde ich sagen. Ihr könnt entscheiden. Mal so ein paar Tipps einfach in die Kommentare. Schreibt einfach Hashtag Skyblock oder was auch immer, oder schreibt es einfach. Oder schreibt uns auf Facebook an. Ist kackegal, Hauptsache wir kriegen eine Antwort von euch. Ja. Egal wo. Sag doch einfach mal, was so ein halber Stack Erde kosten sollte. Weil, also, es muss ein Item sein, sagen wir so. Also, wir wollen die Währung Maragde nehmen. Ja, ich denke, was Maragde wäre, das Windfest. Und, ähm, da wir diesen Corelstone Generator mit Maragden haben, müsst ihr dieses auch mitberechnen. Das bedeutet wiederum, dass ihr den Preis davon wieder höher machen müsstet. Also, sag einfach mal, ihr seht ja, wie schnell wir ans Markt gekommen. Im Moment haben wir jetzt auch, wir haben jetzt auch über den Stack, das heißt, überlückt euch dann, falls der Versteller und den, den wir uns dann entscheiden, die Namen werde ich auch in dieser Aufnahme erwähnen. Vielleicht auch einladen. Vielleicht. Das, ja, ja. Und, er sollte dann, wenn dann ein schönes Büro haben. Also. Aber das sehen wir dann. Aber schreibt einfach mal, weiß was, einen Hyper Stack. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass Robin Sainz besser ist als manche andere, aber Robin Sainz ist wirklich scheiße. Robin Sainz ist okay, das reicht. Ja, gut, man hört das Rauschen, aber immerhin hört man jedenfalls. Das Rauschen bei ihnen, weiß auch wieder keiner, was ich isch, aber ich isch halt nur bei ihnen. Aber er ist halt der King. Guck mal, da kam direkt ein Smaragd raus. Also. Also, wie gesagt, überlegt, überlegt euch was dazu. Guck mal, ich lass mich grad so fahren. So. Alter. Über least 23 Uhr, 3und 33 Schon. Na gut,Guck mal. Das braucht nur keiner Nachher hört man nur noch so Rrrrrrrr Wahrscheinlich Hast du deine Mutter schon mal beim Schneichel erwischt? Nein, da ist die Schüttung drauf Brumm Weil es stimmt, ne? Nee, das... Es gibt Dinge, die wir noch gut wieder wissen gerade nicht so spacken wie die Löffel ich bin kein Spacken Leute, sagt, ich bin kein Spacken sagt alle in die Kommentare, ich bin kein Spacken ich bin kein Spacken ich bin kein Spacken ja, schreibt euch das hinter die Löffel also, bohren jetzt nicht was ist eigentlich jetzt unsere Quest? ja, halt diese Sachen noch mit der Farming und so was Farming? ja, also, wir könnten Weed farmen, also ein Stack Weizen brauche ich ein Stack Kakteen ein Stack Zucker ein Stack Melonen glaube ich oder auch zwei hey, du hast ja sortiert Spacken, also brauchen wir noch Pumpkin Spacken 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 Bäume schon mal wieder bekommen, also Holz. Wo bist du gerade? Der braucht jetzt eiskalt weiter. Du musst bedenken, an der Länge 20, ne, kommen Monster. Ja, Pfeife sind vielleicht nicht schlecht. Warte vielleicht noch erstmal, erstmal noch nicht größer, aber... Warum ey, wir brauchen hier sowieso, also... Damit ich noch ein bisschen was tue. Mit Du und was machen, ey. Das ist ja hier... Das ist ja... Du musst ja auch mal ein bisschen die Qualcomm weiterbauen, auch immer du. Brauchst dann nur du. Ja. Schaltest du neu, du. Bist German hier? Nein. Also ich finde, Mirko ist ein Pro in Deutsch. Also eigentlich könnte ich ihn jetzt nicht beschuldigen. Diese Sache, die ich jetzt weitergebaut habe, hat zwei Level weitergebaut. Ja. Voll doch. Damit du mal weißt, wie viel wir müssen noch in der Video 20 erreichen, oder? Wenn wir die 20 haben, kann ich irgendwie auch loswerden. Okay. Das hört sich doch schon ganz... Ja, aber da müssen wir halt noch ein bisschen aufholen, also wir wollten ja eben noch weiterpausen. Ja, dann leg mal los. Ja, kannst du mir helfen. Ja, ich bin grad... Loll. Loll. Troll. Loll. Troll. Troll. Affe mit Waffe. Läser. Ich bin in der Level Z. Sein. Es wird hier getauscht. Und Zufall erwartet auf den Level Z. Es geht um zu sparen. Und wir haben deine Flön. Oh, ich bin da einfach. Und das war richtig. Und man hat ja auch einen descendant. Und du hättest du aus. Das ist Tripper Musik. Ich finde, wir sind schon echt mit der Plattform sind wir hier. Mega. Also wo sollen die Bäume hin? Ich muss sagen, wir sind hier hinter den Kacktschälen. Aber halt Abstand von den Kacktschälen. Ja, ja, schon klar. Lassen wir dazwischen immer drei. Ja, also einer hier. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Ja, also... Einer da ist übertrieben. Typisch ich. Ja, das dauert natürlich ein bisschen im Schlag, aber irgendwie wird das auch verbunden, aber... Ja... Mach mal irgendwas... Krass... Boah, Geilo, Milo, Wunderbeilo, brauchen wir davon den ganzen Stack? Oder noch mal den Müll... Der Müll... Nee, wir kriegen da ja was für... Ja, einmal... Quitter, aber dann auch schon was... Oh, nee... Wo kommt das jetzt hin dann? Ähm, Zuckerrohr wahrscheinlich... Für was sind diese Levels? Diese... Man bekommt... X... Also irgendwann mit XP... Ob das einmal Level sind, Karten, die ich hier unten noch habe? Oder ob das erst... So, Merkau... Ja... Das ist toll... Hast du das genommen mit da hin, Jo? Ja, also ich muss jetzt hier noch eine Dings... Langbauen... Und das ist gut, dass wir die Stacks nicht mit S-Labs benutzen... Erstmal die 6 Stacks S-Labs wie vorgegangen... Jetzt könnte ich den Ding mal kurz ziehen... Ich möchte noch etwas gucken da hinten... Ah, die disabled 3 zu schnell, okay, da muss noch einer dran... ddddddd ja ja dann gib er oh ja er spritzt mich an Ah, ja, ich bin schade, finde. Was? Was glaubst du noch, wie lange ich zähle? 2-3 Minuten? Ich bin gut. Minute? Hm, ja. Die Bäume sind die Kunden auch. Die Minute. Das ist schon irgendwie für dich, die Vorstellung zu gut, aber ich erinnere doch irgendwie nach einer Zeit auch langweilig zu gucken. Ja, weil Skyflop ist immer so ein Thema. Oh, ich wusste nicht gerade so weit. Irgendwie. Komm, weil wir heute YOLO sind, machen wir mal eine Minute länger, komm. 45, denke ich. Wir waren schon immer so YOLO-haft. In einer Minute kann man aber noch viel schaffen. Zum Beispiel, ich setze hier gerade alle Sätze länger. Ich hoffe, dass es nicht sehr sinnvoll ist. Was denn? Sich töten? Ja, ich hab die Augenhöhe. Ich kann nur noch mal hier was runter runter. Dann mach ich ja auch noch bestimmen. Alter, schon wieder dieser Scheiß am Ruf. Was? Wieder Kaka am Ruf. Am Ruf. Ja, da eben hat die Sköpfe, also die sind jetzt wahrscheinlich gut bei dem Pool zu liegen. Aber Ayola hat sich hier die Ecke in das Winde hinterlegt. Ja, Räumchen. Ich denke mal, da haben sie diesen Pistin jetzt mal schon. Ja. Alter, Kaktus wachsen hier wie die... Ich weiß ja, die eine Einzelpistin hat. Wie ist das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es geht ja nicht. Boah, Drei Level noch haben wir hinten gekriegt. Wir haben jetzt Level von... 11 auf 17 getreten ja ähm ja wir müssen dann jetzt mal ja leider ändert die und sie da mal Farbschäden leider leider ist diese Runde leider 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 ja ich weiß ich kann schlechter Witz haben ich bin ein Noob ich bin ein Lapp gut dann sag ich mal bis zum nächsten Mal auf euch Tschüssi habt euch lieb oder auch nicht gebt den blauen nach oben